So Leute, Servus und Willkommen bei Planet Zoo. Eigentlich war was anderes geplant, Death Stranding, die Wahrheit ist, ich weiß nicht, wo ich es hingelegt habe. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich muss es suchen. Und ja, weil ich aber jetzt auch einen Stream versprochen habe, Hey Dennis, habe ich mir gedacht, komm, kleine Zoo, was entspannt ist, um ruhig in die Woche zu starten, mit Fleisch ein paar vom Aussterben bedrohte Tiere auszudruten, äh, zu retten, zu retten. Eisbärenschnitzel ist bäh. So, Möp, Moment, wieso heißt der Zoo ein Möp-Zoo? Was habe ich, ich weiß nicht mehr, warum heißt der Möp-Zoo? War das so oder war ich das? Das ist die Frage. Was, ich, ich, ich weiß nicht, wo ich es hingelegt habe, Dennis. Ich habe es irgendwo hingelegt und ich weiß nicht wo. Ich habe es halt, äh, als CD-Version, ich weiß nicht, ich habe es nicht ausgeliehen. So verrückt bin ich nicht. Aber ja, ich weiß, ich weiß auch nicht mehr, ob ich es, ne, ich weiß nicht, wo ich es habe, keine Ahnung. Tut mir leid, Dennis, bitte, geh nicht weg. Dann würde ich sagen, bauen wir ein bisschen an unserem Ahornblatt irgendwas zu. Also, Dennis, bist du noch da? Er ist weg. Das tut mir jetzt leid. Die schlechte Neuigkeit ist, dass ich dich zum Zoo-Manager in Ausbildung befördere. Die schlechte Neuigkeit ist, dass du einen ganz neuen Zoo aufbauen musst. Dieses Mal wirst du außerdem auf dich allein gestellt sein. Nancy kann mir nicht mehr helfen, aber sie wünscht mir... Nancy, nein! Oh Gott, ich muss echt nochmal gucken, wie das Spiel da funktioniert. Was den Zoo angeht, wünsche ich mir eine große Vielfalt an Vivarien und Geheden und jede Menge Gäste, die sie sich anschauen. Außerdem sollst du dafür sorgen, dass die Mitarbeiter zufrieden sind und die Tiere natürlich ebenfalls. Oh, äh, ach ja. Und du solltest auch ein ordentliches Plus erwirtschaften, damit wir an anderen Standorten unsere wichtige Arbeit fortsetzen können. Damit dürftest du erst einmal eine Weile beschäftigt sein. Ich schaue dann später mal vorbei. Viel Glück! Gut, uah, sorry, gegen das Mikro gehauen. Das da, das ist das Mikro. So, also, dann legen wir doch mal los. Gott, jetzt ist das lange her, wo ich das gespielt habe. Du brauchst eine Werkstatt und ein Forschungszentrum, okay. So. Wollt ihr mal was Geiles hören? Ich habe die Karte jetzt schon ein paar Mal gespielt. Ist schon lange her, ich weiß. Aber, mir ist nie aufgefallen, dass da Mitarbeitergebäude sind. Es ist mir, es ist mir wirklich nie aufgefallen. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Es ist, boah, schon ein bisschen gespielt, aber trotzdem nie aufgefallen. Geil. Das, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Okay. Na, guck mal das. Kopieren. Da, das wollte ich. So, okay. Arbeiten-Modus. Zack. Oh, naja, ich muss es sowieso mal runtersetzen. Ähm. Alter, es kommen schon die ersten Probleme, geil. Ah. Oh. Okay. Okay, das machen wir jetzt anders. Der Weg kommt erstmal da oben weg, der da. Jetzt gehen wir auf den Bearbeiten-Modus und wir machen da das ganze Ding da weg. So. Dann der Weg. Okay. 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 Dann bauen wir jetzt aber erstmal die Gebäude raus. Das ist das nächste. Hier Handelszentrum. Das wird abgerissen. Mal sehen, was passiert. Haha. So. Und der Quarantäne-Bereich. Der wird auch abgerissen. So. Ähm. Einrichtungen. Ich brauche eine Werkstatt. Und was war das? Forschungszentrum. Werkstatt und Forschungszentrum. Tierpflegehütte. Werkstatt. So. Das wird jetzt ein bisschen tricky. Wieso ist das blockiert? Hallo. Alter. Container-Bereich. Mitarbeiter-Raum. Ich bin gerade ein bisschen blöd, merke ich. Moment. Mitarbeiter-Einrichtungen. So. Quarantäne. Tierarzt. Mitarbeiter-Forschung. Forschung. Da haben wir es doch. Wieso kann ich da drin kein Forschungsgebäude bauen? Ist das jetzt echt das Ge- Moment. Ähm. Ich fahr das jetzt mal hier. Ja. Okay. Dann mal alles rückgängig machen. So. Ja. Hat sich ja schon gelohnt. Alles was wir gemacht haben für den Arsch. So. Okay. Besser. So. Gut. Also das Problem haben wir gelöst. Irgendwie. Boah. Das ist echt. Wenn man das eine Zeit lang nicht mehr gespielt hat. Muss man echt gucken. Mitarbeiter. Also. Auf jeden Fall. ich brauche mal. Ich hol mir jetzt mal zwei Pfleger. Ich hol mir jetzt mal von allem zwei. Arbeitsbereiche. Arbeitsbereiche. So. So. Neuer Arbeitsbereich festlegen. Ja. Eingangsbereich. So. 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 Okay. So. Ach. Ach. Es war schon eine. War schon eine da gewesen. Egal. Guck mal. Ich kann einen Vorteil auswählen. Dann machen wir da einen Freizeitclub. Dass die schneller zufrieden sind. So. Und was ganz wichtig ist. Ich brauche einen Generator. So. Das deckt einen schönen Bereich ab. Da oben habe ich noch Strom. Okay. Ah. Brauche ich doch noch keinen. So. Hum. Ja. Hmm. Superペ�. nem Vielen Dank. So, ich will mal Reiskochen, dann viel Spaß, Dennis, beim Reiskochen. Ah, okay. Was? Reiskochen, Reisriechen, Reiskochen? Okay. Okay. Gut, das habe ich. Wie ging das jetzt nochmal weiter? Okay, now. So, ähm... So, die machen wir dahin und die andere dahin. So, dann holen wir uns mal die ersten kleinen Tiere. Was können wir uns denn holen? Ich will auf jeden Fall eine Schlange haben. Ah, okay. Sexy. Sexy. Reaction to the store. Ja, ja, ja. Ja, genau, das war die. So, dann holen wir uns noch den Marco. Fast ausgewachsen. Lebenserwartung, keine Probleme. Fruchtbarkeit ist gut. Okay, vom Zoll beschlagnahmt. Oh, das arme Vieh. So. Okay, wir haben Schlangen. Was holen wir uns jetzt als nächstes? Die Schabe holen wir uns. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. So, so. Bin nämlich immer noch nicht so ganz... Ja, bin immer noch nicht so ganz dahinter geblickt. Oder hab immer noch nicht so ganz dahinter geblickt, so rum. So. 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 Okay, wie funktioniert das nochmal? Okay, gut, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe es verstanden. Ich kann hier die Tiere handeln und alle, die ich mir dann hole, die werden da hergeschickt. Okay, jetzt habe ich es verstanden. So, dann holen wir uns natürlich den schrecklichen Pfeilgift, Frosch. Das muss man so aussprechen. Das ist erwiesen. Und den holen wir uns hier für Arterhaltungspunkt und sparen wir ein bisschen Geld. Spinnen sind einfach geil. Spinnen sind einfach geil. Spinnen sind einfach geil. Spinnen sind einfach geil. So, jetzt kriegen wir die erstmal alle geliefert, alle auswählen. Okay, das funktioniert nicht. Ich wollte die nämlich jetzt alle mal durchchecken lassen. Okay. 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 Que screening auch nicht? Doch, da sind so. Sehr cool. Gut, die ersten sind drin. Ich habe es, ich habe es. So. Ähm. Temperatur ist gut so. Die Feuchtigkeit ist schlecht Ach ja, jetzt kommt langsam wieder alles Zeig mir mal Infos zu dem Vieh Zoopedia, da haben wir es doch So Eine Feuchtigkeit von 60 bis 80 23 bis 31 Temperatur Temperatur und Feuchtigkeit passt beides, wieso? Okay, keine Ahnung was das war Ja, auf jeden Fall, die Feuchtigkeit ist eingestellt Unseren Schlangen geht es gut So, und das müssen wir jetzt alles freischalten Der Frosch Ach, guck mal, da sitzt er Ja Gut, dem geht es auch gut Nein, dem geht es nicht gut Dem geht es ganz und gar nicht gut, das ist schlecht Feuchtigkeit muss höher Okay Hui, Glück gehabt So gut, die Forschung läuft So, ein geiler Zoo Du bezahlst gefühlt 1000 Euro Eintritt dafür, dass du ein Frosch und eine Schlange ansehen kannst So, kopieren Die stellen wir jetzt auch noch auf die andere Seite Und dann kümmern wir uns um die Großen Das, halt, stopp, das wollte ich gar nicht Ja, okay Was, der Wasserfall Okay, warte, der Wasserfall kommt weg Zeig mir mal meine Auswahl da an Ich muss doch Da, da, da Zack Okay So, ich glaube ich habe es Ah, ja gut, okay, kein Wunder, dass da was gebraucht wird Okay, jetzt sehe ich einen So, ich glaube ich habe es Hallo So So Das ist aber echt umständlich hier Schwere Geburt Ich glaube ich habe es So Gut, den haben wir Jetzt fehlt nur noch der Wasserfall oben, den wir entfernen müssen Wobei hier die Frage ist, wo hier der Effekt ist Keine Ahnung Keine Ahnung Ich habe keine Ahnung, wo das Ding ist So Das wäre was für den Thomas Ich habe es Okay, ja, da sind die Kakerlaken drin. Die Schaben. So. Und die Rotknie-Vogelspinne läuft doch. Okay. Okay. So. Okay. Tierpflege ist gegeben. Ja, wieso sehe ich das Ding jetzt? Ha! Ah, ja, da ist es. So. Wieso steht da im Arbeitsbereich des Tierarztes? Achso, kein Gehege. Ja gut, aber die Bivarien, die brauchen ja auch. So, das Gehege wird ja jetzt kommen. Ich muss nur mal gerade gucken. Ja, dieser Bereich hier. Das wird ein kleines Gehege hier werden. Was holen wir uns denn für ein Tier? Wer ist denn mit einem V? Einfach zum Einstieg, das ist was Schönes. Man kommt rein, die Kinder haben den Spaß. Ja, willst du was? Also, wir holen V. Gucken wir mal kurz. 312 Quadratmeter. Mindestens. Okay. Bei denen reicht ein Maschentrahtzorn. Ja, passt. Bisschen kleiner wieder. Gelände ist zu uneben zum Platzieren. Gut, dann erstmal aufs Gelände gehen. Ach shit, ich kann... Ah, ich kann hier keine... Ich kann das Gelände nicht verändern. Mist. Okay, okay, okay. Ach, guck mal, hier geht's auf einmal, oder? Ja, tatsächlich, hier funktioniert's auf einmal. Seltsam. Kann doch echt keiner was sagen. ... ... ... ... ... so und das sind stolze 1428 könnte ich auch was anderes rein machen und es hat ein bisschen wasser das schauen wir uns jetzt mal an was führt hier 1000 1400 1400 was für ein tier kann man da reinsetzen habt ihr einen vorschlag habt ihr auf irgendwas bestimmtes lust gehen wir mal an die zorpedia für einen wolf wird es reichen also wolf hätte ich schon bock drauf wirst du was wir machen da wolf rein kein v wir machen wolf rein widerstand 2 für den wolf minimal ernsthaft gut steht dran also ich mache es jetzt nur mal klettersicher damit kein idiot von außen drüber klettert naja hier so dann kann kein idiot von außen drüber klettern so ja da holen wir uns doch mal einen wolf das war mal ein haustier ernsthaft so und eine wölfin erstmal hier in die quarantäne arbeiter das war mal ein haustier so 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 also was braucht ein wolf ein wolf tiger gemäßigt oder tundra gut so 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 dann lassen wir es mal ein bisschen schneller laufen schauen mal ich warte jetzt eigentlich drauf dass wir bescheid kriegen dass die wölfe in ordnung sind krankes tier entdeckt ich fasse es ja nicht das veterinärforschung abgeschlossen so gut aber trotzdem was hat der krankes tier entdeckt was hat das inkubations inkubation rotz ja gut es wird eine verkältung haben oder sowas vermute ich dann da oben steht es aktive kann red so dann kann dein partner ja schon mal rausgehen in in seinen bereich so dann gucken wir doch mal wie wir dich glücklich machen können ja das finde ich immer geil da rennt er jetzt bitte da ist der wolf drin guckt es euch an der ist gleich schon versandfertig bei amazon funktioniert das anders so da haben wir ja ein wolf also dann zeigt mir doch mal was kann ich für dich tun damit du dich hier wohlfühlst so ernsthaft das reicht dem tier an bepflanzung so wir brauchen langes gras ok nein wir brauchen wir brauchen weniger ein das mit So. Eigolf. Servus. Vielen Dank fürs Füttern vom Color-Eddy. So. Ich habe immer noch zu viel langes Gras. So. Komm, ich will das lange Gras auf 9% runterkriegen. Gut. Oh, Mahlzeit. Ich habe hier meine gerade verschluckt. Wie ist das? Oh, Servus. Okay, wir warten mal, bis es Tag wird. Falls du ein paar Tipps für mich hast hier. Dafür bin ich gerne dankbar. Ich habe es nämlich sehr lang nicht mehr gespielt und muss mich ein bisschen noch mal reinfuchsen. Aber es fällt mir gerade mal was anderes ein. Moment. Zorpedia, wie hoch muss der Zaun sein? Okay. Okay. Na, ich glaube, das reicht hier. Zwei Meter. Da kommt der, glaube ich, nicht drüber. Und wenn doch, dann muss ich wenigstens gleich nicht mehr die Essenskosten bezahlen. So. Der braucht auf jeden Fall noch einen stabilen Rückzugsort. So. Ach, schön. Es ist ein Wolf, es ist einfach ein geiles Tier. So. Gehege gucken wir mal. Und zwar, ich glaube hier, ja. Wolf. So. Jetzt können wir die Schüssel machen wir so, dass die Leute das sehen können. Er kann aber auch da oben, wenn er seine Ruhe haben will. Ich denke, das ist gut so. So. Das andere habe ich leider noch nicht erforscht. Gut. Das wird jetzt interessant. Gut. But. Ich denke, das ist gut. so geht da drin kann man schlafen und jetzt geht die bastelei los natur natur ist hier so also biom war talga und ich will auf die felsen gehen ja es ist halt die frage ob das auch so funktioniert wie ich mir vorstelle oder ob ich nur wieder alles zu baue und im endeffekt kommt da nichts rein ich will ja schon dass sich mein freund hier wohlfühlt so ich 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 habe mich irgendwie gerade festgepackt mit der kamera so mir fällt gerade was auf ich habe wieder denselben fehler gemacht wie ich ihn ganz am anfang gemacht habe das fällt mir jetzt erst wieder ein keine ahnung ob das jetzt funktioniert ich habe nämlich ganz am anfang als ich das zum ersten mal probiert habe selbst ein schlafplatz zu bauen auch so eine konstruktion genommen aber die konnte ich ich konnte ganz ja auch ohne die holzkonstruktion bauen das habe ich ja total vergessen mal sehen stabiler rückzugsort hat funktioniert geil so lassen wir noch ein bisschen heller werden das ist die sonne mal aufgehen so da macht nämlich auch das bauen ein bisschen mehr spaß keine angst du bist nicht lang alleine deine freundin wird auch wieder rein kommen so 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 und so Vielen Dank. Das passt doch. Vielen Dank. Was für Frauenfarm? Hab ich noch nie gehört. So. Ich finde das sieht ganz nice aus. Bin zufrieden. So, jetzt ist die Frage, ob nur der Wolf auch zufrieden ist. Kann sein, dass das zu viel war. Stabiler Rückzugsort. Ist noch alles im Toleranzbereich, super. Oh, die Landfläche ist aber gerade so in Ordnung für ihn. Gerade so. Also da wird es nicht, also eine Gruppe von drei Leuten wird schon gefährlich. Von drei Würfen. Ah, sehr gut. Sie hat die Quarantäne-Phase überstanden und ist wieder gesund. So, dann kommt jetzt noch die Partnerin mal rein. Ach, da kommt sie. Wie das sich freut. Yeah. So, mal sehen wir, wie die beiden sich vertragen. Alter, die sehen so gut aus. Das erste Mal. Ach, romantisch. Ach, so erinnert mich an mein erstes Date. Ja. Sie sieht mich und geht weg. Das erste Date. Guckt mich jetzt nicht so ein. Ich kann auch nichts dafür. Ach, ja. So, sehen wir mal. Seht ihr, es ist schon kritisch mit zwei Würfen. Es ist sehr, ich auf Herz ergreifend, gell. Ey, willkommen zurück, Dennis. Was macht der Reis? Es ist gefährlich, also. Es ist gerade noch machbar. Ah. Mal sehen. Barriere bearbeiten. Vielleicht. Was? Immer noch zuvor bist? Hast du Twitch neu geladen? Eben. Ne, bei mir steht Planet Zoo. Du musst, äh, ich wollte sagen, du musst, ähm, die Seite neu laden, weil wenn du die nicht lädst, dann wird der Titel und alles auch nicht aktualisiert. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. So, gucken wir mal, ob wir den so ein bisschen erweitern können. Ich habe noch ein bisschen Fläche hinzugefügt. Gut, jetzt reicht's wieder. Ha, 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 nur jetzt habe ich wieder zu viel Gras. Und es passt wieder. Ich könnte da echt stundenlang zuzusehen, das ist klasse. Da könnte ich jetzt nicht unbedingt stundenlang zusehen, aber... Hier, guck mal, die haben doch auch eine richtig geile Bude hier. Ja. Wieso ist das Tier hungrig? Hallo, warum habe ich hier Tierpfleger, die sich eh nen Scheißdreck drum kümmern? So, Veterinärforschung abgeschlossen. Krankheiten erforscht, ja gut. Und jetzt erforsche ich mal den Wolf, damit der auch mal ein bisschen Beschäftigung kriegt. Vielen Dank. Was? Ah! Klingt mit vielen Dank fürs Hosten. Ich war... Vielen Dank fürs Hosten. Ich habe gerade überlegt, der Kingpin hat uns doch... Der hat uns doch schon, äh... Ein Follow gegeben. Warum kommt denn das jetzt nochmal? Ja. Ähm... Was wollte ich machen? Anrichtung, genau. So, erst einmal... Gut, da bleiben viele stehen. Das heißt, da machen wir eine Spendenbox. Direkt hier an der Ecke. Joa, die zwei reichen eigentlich. So, da wo die... Wo der Wolf trinkt. Und da, wo man den jetzt erstmal sieht. Okay. Und dann ist... Äh... Ist es besser? Wird es jetzt dargestellt? Hm. Die Infotafel und der Info-Lautsprecher. So. Der Wolf. Der Wolf ist im Endeffekt nur ein Hund. Wird aber anders geschrieben. Und ist anders. Der Spendenapf. Hä? Meinen Sie das zum Spiel? So. Ach ja, genau. Ich wollte gucken, wie weit mein... Mein Strom geht. Ah, genau. Hier. So. So. Also alles, was hier ist, wird nicht mehr mit Strom versorgt. Da muss ich also ein Generator... Müsste ich einen Generator bauen. So. Okay. Für den Streamer haben wir tatsächlich noch nicht höchstens Bits. Oder wenn du uns anders unterstützen willst. Wir haben auch einen Fanshop. Der ist unter dem Twitch-Stream in den Panels. Und bei MMOGA. Da habt ihr auch unseren Link. Da könnt ihr uns auch unterstützen. Aber für den Streamer, da muss ich mal mit den beiden anderen noch quatschen. Ob und wie wir das machen. Äh. Was ist... Ah ja, genau. So. Gut. Der ist zufrieden. Der hat alles. Sozialverhalten ist super. Hier haben wir bereits ein Vivarium. Da hängt... Hält sich der Vorstatt für Spider-Man? Ja. Was? Okay. So. Ja. Funktioniert das? Äh. Hier. Ja. So. So muss ich gucken. Funktioniert das? Keine Ahnung. Hier haben wir eine schöne Schlange. Zwei Stück. Der unten. Ja. Und... Hier haben wir ein paar Schaben. Die vermehren sich auch schon. Das heißt, da kann ich gleich auch was verkaufen. Und wir haben hier eine Gelb-Knie-Vogelspinne. Bah. Bin ich nicht so ein Fan davon, muss ich ehrlich sagen. Okay. Und da ist ein anderer Spieler gerade reingekommen. Irgendwie sieht er... Ich weiß nicht. Ich will ihn schlagen. Es tut mir leid. Ich weiß nicht warum. Aber ich will ihn schlagen. Hier sind unsere Mitarbeiterhütten. Äh... Oha. Ich glaube, da passt einer auf, dass keine Pause gemacht wird, so wie die aussieht. So. Okay. Dann machen wir auch gleich weiter. Ich habe noch Forschung. Ich glaube, das war vom Fallgiftfrosch. Ja, hier. Wir können das Layout ein bisschen verändern. Wie sieht es hier aus? Nein, hier habe ich noch nichts erforscht. Oh, irgendwas stimmt hier nicht. Wieso? Die Luftfeuchtigkeit stimmt doch. Keine Ahnung. So. Ähm... Layout. Habe ich hier auch noch nicht. Was ist denn da alles drin? Okay, da sind erst zwei drin. Da sind auch zwei drin. Da hat doch eben irgendwas gestanden. Irgendeiner hat Nachwuchs bekommen. Ach, das waren die Frösche. Ach du Scheiße. Die vermehren sich aber. Ähm... B-b-b-b-b-b-b-bam. Vivarienhandel hier. Äh... Nein, Tierhandel, Tierhandel. Handelsverlauf? Nein. Verdammt, wie funktioniert das nochmal? Tiermarkt. Nein, das ist von außen. Das ist auch von außen. Warte mal, das ging glaube ich über Zoo. Das ging glaube ich über Zoo. Ja, genau. Ach ja, hier haben wir es. So. Okay. In Gefangenschaft geboren. Ui, der Name. Pablo und Therese. Verkaufen wir unsere beiden alten Frösche und haben dann ein junges Pärchen. Zum Handelszentrum. Sollen wir verkaufen oder freilassen? Also wenn wir verkaufen, logisch bringt Geld. Wenn wir sie freilassen, kriegen wir hier unten links die Arterhaltungspunkte. Und davon können wir uns dann seltene Tiere zulegen später. Die sind nämlich vom Preis her doch schon ziemlich teuer. Also nicht vom Geldpreis her, sondern von den Arterhaltungspunkten. Habt ihr einen Wunsch? Verkaufen oder... Verkaufen. Kingpin will, dass wir verkaufen. Warten wir mal kurz. Wir haben übrigens noch 56.000. So. Und wir bleiben bei Verkaufen. Ins Handelszentrum bewegen. Genau. Oh Gott. Ey, warte mal. Haben die jetzt wirklich verschiedene Augenfarben? Oder war das eben nur wegen dem Licht? Gut, hier haben Kingpin. Jetzt habe ich sie schon... Oh, komm. Nein, okay. Das war nur wegen dem Licht. Ich habe eben gedacht, der eine hätte blaue Augen. Dann war das nur wegen dem Licht. Das wäre jetzt noch geil, wenn die Tiere sich sogar noch an den Augenfarben unterscheiden würden. Das ist immer noch sowas komisches, was immer noch nicht... Hier kann nicht freigelassen werden, okay. Okay, dann wird der eine verkauft. Und der andere wird dann freigelassen. So. Okay. Also, dann sucht euch mal ein Tier aus, was wir als nächstes holen. Wolf haben wir. Gorillas. Das sind wir mit den Arterhaltungspunkten. Die würde ich noch nicht holen, weil ich kann nur einen der beiden kaufen. Wäre schade. Da wäre der eine ja allein. Da würde ich schon ein Männlein und ein Weiblein kaufen. Und die gehen nur mit Arterhaltungspunkten. Die gehen nicht mit Geld. Ein Weißschwanzknu. Einen Schwarzbären. Einen Schneeleoparden. Also wenn, dann holen wir uns wirklich ein Pärchen. Einen Antilope. Ein Niala. Das ist, glaube ich, so etwas wie ein afrikanisches Reh. Ein Krokodil. Einen Kata. Einen Japanmakak. Das sind die Affen, die in den japanischen Quellen drin sitzen. Einen Grizzlybären. Einen V. Einen Bison. Schildkröten. Das ist alles, was ich derzeit habe. Das ändert sich aber auch immer ein bisschen. Und in der Zeit... Ein Schneeleoparden. Ich habe es gehofft, dass irgendeiner Schneeleopard schreibt. So, was ist das? Zoo-Warnung. Ach, eine Veterinärforschung ist abgeschlossen. Sehr gut. Dann kann ich... Ach, verdammter Mist. Ich habe vergessen. Ich wollte auf Wolf. So. Jetzt ändern auf Wolf. Sehr gut. So. Es ist auch blöd. Ich kann die Tiere erst dann erforschen, um ihnen was Gutes zu tun, wenn ich sie quasi... Wenn ich sie quasi im Zoo habe erst. So. Okay, Schneeleopard. Gucken wir uns mal kurz die Informationen zum Schneeleoparden an. Wie groß muss das denn sein? Schneeleopard, Schneeleopard, Schneeleopard. Achtung. Also. 705 Meter. Kletterschutz brauche ich. Okay. Und mindestens 3 Meter hoch. Gut zu wissen. So. 705. Das ist kleiner als das da. Okay. Könnt sogar noch. Muss ich das mal ausprobieren. Dann machen wir am besten hier. Nicht erklimmbar holen wir Glas. Mit Glaswand. Und zwar 3,20 Meter. Das sind wir wirklich da drüber. Das ist auch blöd. Und da müssen die echt noch dran arbeiten, finde ich. Man sieht die Größe, die man da gerade gebaut hat am Gehege, nur wenn das Gehege fertig ist. Hallo. 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 Schon großzügig. Ja, ja. Alles klar. Habe ich schon vor. So. So. Ach, da fehlt ja noch ein Eingang. Stimmt. Der Mitarbeiter-Eingang. Moment hier. So. Okay. Ach, wie am Glas kann ich ein Kletterschutz... Gut, der ist nicht erklimmbar. Das ist das Gute. Und es sind 928. So. Und da hinten habe ich noch ein bisschen Platz, falls ich zwei Tiere haben sollte, dass es passt. So. Aber ich werde einen Generator bauen müssen. Das wird nicht anders gehen. So. So. Schnee. Problem ist nämlich folgendes. Ihr seht es ja hier schon. Es ist zu warm. Der Schnee löst sich auf, sobald ich ihn baue. Das heißt, ich brauche hier Kühlanlagen. Damit der auch bleibt. So. Kühlanlagen, logisch, müssen mit Strom betrieben werden. Und dafür reicht es nicht. So. Dafür brauche ich dann mehr. Außer, mal gucken, wie groß so ein... Äh... Wie groß so ein Gerät ist. Ach, guck mal. Ja, das reicht. Ähm... Strom geht bis dahin. Ah, gut. Guck mal, das sehe ich. So. Und damit decke ich das ganze Gebiet ab. Super. So. Es ist nämlich folgendes Problem. Wenn ich jetzt einfach, äh... Wenn ich den jetzt anders gebaut hätte, hätte ich da weitere Mitarbeitereinrichtungen bauen können. Jetzt können die das immer noch mitversorgen. So. Dann machen wir die Temperatur mal runter. Senken. Genau. Das geht jetzt mal runter. Und dann kaufen wir uns jetzt mal gerade die Leoparden in der Zeit. Tja, ich habe nicht viel Auswahl. Ich muss mir die billigsten kaufen. Fruchtbarkeit 17%. Ich brauche was, wo höher ist. Fruchtbarkeit 0%. 33%. Dann nehmen wir den mal auf. Der hat noch eine Fruchtbarkeit von 50. Das ist gut. Okay. Dann nehmen wir die beiden. So. Der eine aus dem privaten Zoo und die andere... Wurde als Haustier gehalten. What the fuck? So. Aber jetzt, bevor wir sie da hinschicken, erst in die Quarantäne. Und erst gucken, dass die auch gesund sind. Nicht, dass die irgendeine Krankheit haben. Uh. 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 Ach, klar. Logisch. Je weiter weg die sind, desto weniger ist der Effekt Mist. Ah, es könnte reichen, dass der Großteil hier von Schnee bedeckt ist. Ja, das sollte ziemlich reichen. Was? Gibt es das in der Sexcam? Pfff. Ach, die Schlange hat auch Nachwuchs. Yes. So, okay. Quarantäne-Phase überstanden. Das erste Tier kann ich raus. Aber das zweite ist, glaube ich, noch gar nicht da. Okay. 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 Let's begin. Vielen Dank. Oh ja, wirklich dirty. So, nochmal. Eine Infotafel, dass die sich nicht im Weg sind. Na, bleib denn mein Schneeleopardchen? Okay. 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 Äh? Hä? hey thomas und wenn irgendwas stimmt nicht uns fehlt ein schnee leopard kommt das oft vor dass man nach guck mal da ist er doch sondern das arme weibchen jetzt wird wirklich mal frei gelassen gott so jetzt funktioniert doch gott sie sind mit dem geld abgau ganz genau so jetzt lassen wir es mal schnell tag werden oh ach der gott der arme schnee leopard hier kann es mal bitte tag werden so gott das sind auch schöne tier so also forschung abgeschlossen der soll weitermachen mit der gehege forschung weil ich will da noch ein bisschen was haben rückzugsort das ist aber auch gut kommt machen wir die rückzugsort erforschen veterinär forschung der wolf sehr gut das soll aber bitte weiter gehen viele denken dass die tickets sehr günstig sind ja das kann man aber ändern das ist kein problem gucken wir mal ob das ausreicht so ob das besser ist tier ist gestresst ist auch kein wunder so quarantäne phase überstanden du kommst dann jetzt auch raus das arme vieh hat ja auch noch keine rückzugs möglichkeit hey matthias wie geht's dir so dann gucken wir doch jetzt mal dass das arme vieh da auch was auch was kriegt der rückzugsort fehlt ansonsten ist eigentlich alles hier im guten bereich ok stabiler rückzugsort wivura preise hallo wir müssen das doch alles schön großzügig gestalten das kostet auch geld wo soll ich das her panzernaßhörner ich will eins haben so im moment wenn ich jetzt gerade noch hier bin so ein hundeball und ein eisklumpen dass die leute sich da so egal also jetzt gehen wir wieder hier hin ich will jetzt mal versuchen was zu bauen ohne ein gerüst drumherum im moment was haben die eigentlich für eine bio metall gar gut ok passt so 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 die können abhauen ja ich hoffe dass das hier nicht funktioniert und ich hoffe ich hoffe dass die da nicht drauf klären können um einfach drüber zu springen das wäre ein bisschen schlecht für die besucher nicht für die tiere so 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 Danke, Kingpin. Vielen Dank. Einer, wenigstens einer, der mir beisteht. Ach, was soll da schon passieren? Das Spiel hat ja keine Physik. Hoffe ich jedenfalls. Ich meine, natürlich, ich bin mir sehr sicher. Ah, verdammt verdrückt. Jetzt ist das sie doch... Dennis, mein letzter Zurbesuch war 2015 oder 2016. Ich glaube, er war 2016. Nein, 2017. Tatsächlich 2017 war er gewesen. Anfang des Jahres. Oben an der Ostsee. Und da war ein Löwengehege. Wo ein Holzzaun vorne dran stand, der etwa an meiner Hüfte aufhörte. Ich bin 1,85. Ihr könnt dann selbst mal rechnen. Ähm, und etwa in dem Abstand war das Gitter gewesen. Der Löwe lag dran. Ich hab die Hand reingestreckt und hab ihn mal kurz angetätschelt und sie schnell wieder rausgezogen. Äh, der hat das nicht interessiert. Wäre da ein Kind gewesen, das hätte den... Äh, das hätte ihn drücken können. Und... Äh, Eigolf, jetzt drücke ich dich. Du bist einer von uns. Ein Tavaria. Ich hab vieles seitdem versoffen. Tatsächlich versuche ich die Erinnerungen mit der Person, wo ich in dem Tor war, zu versaufen. Aber sonst... Ach Gott, Moment, jetzt geht das wieder los. Da oben das Ding löst sich wieder nicht auf. Ja, weg ist es. Ich muss mal gucken, dass wir da irgendwie was reinkriegen, dass da immer ein anderer Text kommt. Nicht immer dasselbe. So. Ähm... Wo war ich? Ja. So. Seltsam. Von euch höre ich nur, mi, 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 da kann das Vieh drüberspringen. Mi, 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 der reißt die ganzen Besucher. Von dem kriege ich gesagt, oh, 100%. Wunderschön. Nein, Matthias, ich hab keinen Bock auf eine Perücke. Ich werde auch keine anziehen jetzt, weil das Dream geht auch nicht mehr so lange. Äh, und für dieses Spiel ziehe ich keine Perücke auf. So, jetzt hoffe ich, dass die guten miteinander hinkommen. Nein. Nein, lasst es. Bitte. Ihr seid meine Lieblingszuschauer. Und ich muss das Gehege ein bisschen vergrößern, seh ich gerade. Das Tier ist am verdursten. Stellt euch jetzt nicht so an, Herrgott. Da ist überall Schnee. Ich hasse euch. Dennis, ich hasse dich vor allem. Nicht nur, ich hab mit Dennis heute The Forest angefangen, auf dem PC. Und da hat er nicht nur versucht, mich dreimal, geschlagene dreimal mit einem Baum zu erschlagen. Und jetzt will er auch noch, dass ich eine Perücke aufziehe. Bei meiner eh schon sehr, sehr vollen Haarpracht. Ach. Komm, wir holen noch einen dritten Mann rein, hat er gesagt. Komm, da sind wir effektiver. Komm, ich kenne einen. Den kann man reinholen, der ist ganz cool, hat er gesagt. Dass der aber dann auch das Geld ausgibt, damit ich eine Verrücker anziehen muss, das hat er nicht gesagt. Hallo. So, jetzt ist halt die Frage, ob da der Schnee noch hinreicht. Ich glaub's ja eher nicht. Groß ist das Gehege jetzt? 1.200, das sollte eigentlich reichen für die. Gras lang. Zu viel langes Gras. Wir brauchen mehr Erde. Was haben die alle nur gegen Gras? Ich versteh's nicht. So schnell hintereinander werde ich nicht die Perücke wechseln. Die bleibt jetzt mal ein bisschen an. So. Ich mach hier auch noch was, deswegen also... Nein, die bleibt jetzt erstmal kurz an. So. Ihr seid solche Drecksäcker. Ihr seid solche Drecksäcker. Wenn ihr zu viel habt, wisst ihr was? Wir haben... Es ist ein Zoospiel. So. Dann kommt natürlich jetzt auch die Einhornperücke, weil ein Einhorn gehört in den Zoo. Oder es ist ein fettes Nashorn, was weiß ich. Dennis, hör auf, mir Perücken zu schicken. Es reicht schon, dass ich eine vom Zuschauer gekriegt hab und eine von meinem Vater. Das reicht mir schon. So, und natürlich, ein Einhorn geht natürlich nur, wenn ich noch ein anderes Einhorn dabei habe. So. Jetzt bitte nicht fragen, wieso ich eine Einhornperücke hab und wieso ich einen Einhorn hab. So. Oh Gott. Wisst ihr, was das geil ist? Pasching, Karneval, scheißegal, was es ist, wie es heißt. Verkleiden. Das geht mir so auf den Sack, da krieg ich so einen Halt, da platzt mir die Krawatte. Im Stream zieh ich Perücken an und hab einen Einhorn auf der Schulter. Ich kann's selbst nicht erklären. So. Jetzt. Ich glaube, wir brauchen bald einen neuen Mitarbeiterplatz. Passt. So. Also. Lassen wir das erstmal laufen. Und wir brauchen die Spendendinger da. Ach, Moment. Ich wundere mich, warum ich nichts höre. Flo's Einhorn fetisch. Ich hasse euch. Ja, du. Tatsächlich. Äh. Allgolf. Mir braucht keiner mit Verkleiden oder sowas zu kommen. Da reg ich mich immer nur auf. Aber im Stream, als Stream, als Gag, ich hab mir eine Perücke, hab ich mir ja tatsächlich selbst gekauft, einfach als Gag. Einfach als Gag. Weil immer einer mal so einen Gag, so einen Spaß gemacht hat, auch komm, äh, zieh doch mal eine Perücke auf. Und da hab ich mir tatsächlich mal eine gekauft. Und seitdem ist die Sache eskaliert. Also hier, streamtechnisch. So, jetzt müssen wir dabei auch noch ein paar Pflanzen reinkriegen, finde ich. Grob 4-Bepflanzung brauchen wir dann nicht. So, Taiga. Ach, wisst ihr was, was wir auch gar nicht haben? Wir haben nichts zum Füttern und nichts zum Trinken. Die würden da wirklich verhungern und sterben. Das ist natürlich schlecht. So, wir machen eine große Wasserschüssel. Und ein Essens-Tablett. Das machen wir da hin, an die Ecke. Nein, das machen wir hier hin. Sehen die Leute das, finden's geil und werfen da Geld ran. So, übrigens Info für euch, das Stream geht etwa bis halb vier, maximal bis viertel vor vier. Was war das gerade? Was? Das habt ihr jetzt auch gesehen, oder? Ich war jetzt nicht der Einzige, der das gesehen hat. Matthias, glaube ich nicht, er reißt Badewannen aus der Wand, während da noch Studenten drin schlafen. Achso, ja, ich wollte ja pflanzen. Ja, ich wollte ja auch hier ein bisschen ganz gut machen. Was? Am� beetje? Natürlich. Die Leute, die Leute, die Leute Denton, die Leute, die Leute, die Leute, mal so gut,ア登録, sabrer, grad Secret expanden. So. Also, ich wollte das nicht zur Verfügung. Ah, ja stimmt, morgen geht ja unser Krieg weiter. Also ich würde mich sicher fühlen als Besucher. Was ist da los, wieso wird da immer wieder weggesaugt? Ach so, das war der Tierarzt. Ach so, ich verstehe. Veterinärforschung abgeschlossen, sehr gut, der Wolf wird weiter erforscht. Aber jetzt geh bitte mal auf den Schneeleopard, dem will ich nämlich auch was Gutes tun. So, die brauchen, aber die Leoparden klettern doch gerne, meine ich, oder? Die sind auf Bäumen. Ja, ich muss den Mitarbeiterraum unbedingt vergrößern. Oh, oh, ja, es wird wieder schmutzig, Leute, ach geil. Oh, hm. Ich habe familienfreundlich als Tech drin, oder? So, Kingpin. Im wahrsten Sinne. Du hast recht. Ja. Er und Paul denken nur an das eine. Was? Das ist das erste Mal, dass ich eine Warnung kriege, wo da steht, erfordert Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich lege mir da wirklich noch einen Mitarbeiterraum zu. Wow. Da gibt es aber echt viel. Komm. Wir machen Pausenraum, Pausenraum. Ich habe eine Perücke. Ach so, du meinst Kingpin. Oder? Was beschwerten die sich, kein erreichbarer Mitarbeiterraum, jetzt ist sie doch in einem. Du Bärlauchzwiebel, ist auch immer eine geile Bezeichnung. Ben ich der ein? Also, ihr seht die Risse auch im Glas, oder? Ach du. Okay. Also, definitiv. barriere status 56 prozent ich glaube da muss ein bisschen öfters einer ran tierpfleger jeden monat tierarzt alle drei monate techniker alle drei monate aber ein bisschen flott so auch geil die einnahmen steigen was macht denn mein wolf sind die wölfe gott der ist so süß du wirst auch irgendwann ein großer starker jäger werden und dann gehen wir zusammen in die fußgängerzone und dann reißen wir die ganzen bösen leute da mit dem blöden haken da du weißt was ich meine was mir geht's gut mir geht's gut alles okay der doktor hat es auch bestätigt ich glaube dass es nicht haben die da die mutter gerissen oder ist das futter ich drehe nicht durch thomas ganz ruhig nein ganz ruhig nicht auf dem thomas ganz ruhig du bist sicher von dem bösen sachsen alles gut alles gut keiner kann dir wehtun alles gut so tierhandel faltes fenster hier mal sehen ach du kacke wie viel schaben haben wir werden schaben problem hier das machen wir weg moment so der mit 03 den behalten wir er kommt weg wir behalten dann nur die zwei hier ok und mal gucken was wir freilassen können bis auf zwei stück können wir alle freilassen gut die anderen beiden die verkaufen wir das beste ist eigentlich immer alles ins handelszentrum bewegt und dort verkauft oder freilässt das ist eigentlich viel einfacher so ich glaube die behalte ich noch bis noch ein weibchen kommt ist irgendwas trächtig steht nichts von trächtig dann behalten wir auch da die beiden jüngsten der rest ins handelszentrum würde ich sagen verkaufen wir da soll wir gucken was wir freilassen können und das verkaufen wir jetzt ganz schön mutig wenn einer meine wohnung käme die scheiße weg macht wäre ich böse floh tritt durch töte das eis wie geht es in den tieren ernährungszustand nicht ganz in ordnung ok ach die sind noch unter beschäftigt da muss noch ein bisschen was her so gehen wir in den handel gut die kann ich freilassen und er kommt aus der finsternis um uns zu retten so man erkennt mich sofort das ist for you ach der leere geistlose blick die fette wambe das ist definitiv for you die schnapsnase und völlig alleine was alles gut so forschung ist weiter sehr gut dann machen wir da aber noch weiter ich will nämlich noch ein bisschen mehr erforschen für die der alien überlebende der alien überlebende ohja ich habe alien überlebt ich bin ein gott ach ja genau gehege schneeleopard den wolfen machen wir mal raus ach genau ich wollte denen ja was zu klettern besorgen so einen eisklumpen kriegen die auch zum spielen und eine reibetafel komm dann kann jeder hier zu sehen wie die sich reiben geil so mal sehen ob es funktioniert ob es überhaupt was bringt sehr gut sehr gut paul und dennis bringen uns sehr viele einnahmen habt ihr schon ein wunsch tier für das nächste gehege warte mal jetzt kann ich auch an den werten gucken ob es was bringt oder nicht okay wird nicht angezeigt wenn es nicht erforderlich ist das ist natürlich blöde ach der andere liegt da vorne ok sehr gut die nächste forschung so jetzt nochmal kommt für die schlange dass es der ein bisschen besser geht genau hier gehege spielzeug der eisblock die tafel wir haben tausende von dollar investiert damit man auf die idee kommt im pappkarton reinzuwerfen für die viecher das ist schön so aber hier wird jetzt erstmal noch was gebaut ich bin schon auf dem minimum was länger angeht also wehklänge wehklänge bevor da jetzt irgendwie falsche gerüchte gestreut werden ihr schmutzfinge alter Okay. Lauft durch den Matsch. Warte, wie man im Saarland sagen. Lauft durch den Batsch. Okay. Vielleicht auch nicht. So. Aber hier brauche ich jetzt ein Kraftwerk. Hier habe ich keinen Strom mehr. Da brauche ich jetzt wieder Strom. Okay. Was machen wir denn da rein? Einmal Getränke. Und einmal das andere. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ach, Ballon ist okay. Und was ist hier? Doch, das sind Getränke. Genau. Glaube ich. So sind Gewürze. Das sind keine Getränke. Okay, das ist was zu essen. Ja. Das ist eine kleine Toilette. Ah ja, passt doch. Genau. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Blaue, da ist Energie. Am besten bauen wir da nochmal ein paar Einrichtungen hier. So, und es wird Tag, sehr gut. So, da baut sich einfach besser. Da richten wir noch einmal alles. Das Handelszentrum brauche ich jetzt nicht nochmal. Aber noch einen Mitarbeiterraum brauchen wir, wo die Leute Pause machen können und sich einfach von der Kundschaft erholen können. Ich glaube, jeder von euch, der in einem Bereich ist, wo wir mit Kunden direkt zu tun haben, weiß, wovon ich rede. Dass man da einfach mal froh ist, wenn man manche mal nicht um sich hat. Weil man einfach mal die Ruhe für denen hat. Hier, Fliegerhütte. So. 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 So, Weger. Mitarbeiter Weger. Wegen dem ganzen Grinding oder aus einem anderen Grund? So. Da können sich die Mitarbeiter auch einfach mal ausruhen. Einfach mal hinsetzen und gar nix tun. So, da kann man auch draußen essen, wenn das Wetter richtig ist. Wunderschön. Stimmt's? Also, ich bin jetzt gerade ein bisschen stolz. Ich bin gerade stolz. Ja, definitiv vergiss es. Ich bin gerade ein bisschen stolz. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt habe ich nämlich für die Forschung noch einen frei. Genau, neue Mitarbeiter einstellen. So, und ihr kommt. Und ein Arbeitsbereich Nummer zwei. Okay. Okay. So, okay. Ja, das kommt ja jetzt alles erst. Das sieht aber auch sehr seltsam aus. Aber warte mal, das kann ich ja jetzt hier machen. Kopieren. Das ist auch noch ein bisschen Schnee. Okay. Okay. So, okay. Okay. weiterentwickeln. Okay. Die passen, die passen. Okay. Okay. So, okay. Okay. So, okay. So, okay. So, da muss ich jetzt mal kurz gucken. Wie viele passen. Okay. Wie viele passen. Wie viele passen. So, und ihr kommt da jetzt noch mit dazu. mäßig das! Genau. Das ist das eine. Paul hat Nachwuchs, geil Oh, das sieht aus wie der Papa Der Thomas, auch das ist schön, hast du fein gemacht Paul, genau so hört sich der Thomas auch an da kommen schon hier noch ein paar ich bin nur noch ein bisschen ein bisschen langweilig Wenn das so ist, kann man doch mal die Preise auch ein bisschen anheben oder? Komm ich will 4$ gewinnen Pro Artikel bitte So So Vielen Dank. Hm, die sind unzufrieden, die Leute. Warum sind die da unzufrieden? Schade, das müsste man da mal aufschreiben, warum die unzufrieden waren. Alter, die Forschung geht jetzt gerade aber echt gut voran. Die Schlange habe ich fast komplett fertig erforscht. Wir machen Gewinn, super. Apropos, ich will mal gucken. Okay, unsere Schaben sind noch nicht so weit, dass sie sich fortpflanzen. Na gut, klar. Es sind ja noch Jungtiere gewesen, das kommt ja jetzt erst. Oh, hoffentlich kommen die Schlangen nochmal dazu. Die Alter, die machen wir. Verkaufen wir die Alter. Verhalten wir das Jungtier. Hä? Wieso? Ich habe doch da hinten noch eine andere Werkstatt. Da ist keiner drin. Kann genutzt werden. Seltsam. Oh, die Forschung geht echt gut voran. Also siehst du die große Katze. Oh, die Lore. Das stimmt. Oh, das ist nichts. Oh. Oh. Oh, das ist nichts. Oh. Oh. Ach Mist, irgendwie kann man so eine Rasterausrichtung machen. Ich muss mal gucken, wie das nochmal funktioniert. Alter, geh doch in die andere aus, in das andere Gebäude. Da geht mir das gerade ein bisschen auf den Geistertyp da. Na ja, macht da weiter, wo ihr gerade forscht. Okay. 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 abgeschlossen ok es fehlt nicht viel kommen also noch hinkriegen die schlange habe ich voll geil machen wir jetzt mal die spinne weil bei der ist noch gar nichts thomas ist gestresst wieso ist thomas gestresst er hat doch ein geiles leben warte was ist das ach die schabe habe ich auch jetzt auch vervollständigt ok ja dann machen wir mal den wolf weiter salzern ok ich bin nur froh dass er bisher noch keine krankheiten hier hatten rein gewinnen funktioniert auch super das sind keine kinder das war gut dass ich okay das hat das war baby thomas es war tatsächlich baby thomas gebe ich zu damit ihr habt da oben doch auch eine werkstatt habe ich nicht mehr weg vom oder sowas die ist verbunden die funktioniert kann sein dass die vielleicht ein bisschen zu weit denn es kinder schreien hat man sie irgendwo in den gehege rein wirft naja forsch weiter ah ok die waren nicht richtig mit dem weg verbunden deswegen ok hat sich geklärt hat sich dann geklärt ein krankes tier entdeckt verdammt so über 500 bis super geil und ich gebe zu der ist ein bisschen beeindruckender als das was ich da gebaut habe so dann haben die auch die beschäftigung da kommen wir gerne von euch für das kletterte noch mal benutzen ach so der war rausgeholt worden wegen krankheit klar mit dabei müssen sich immer noch anstellen sind einfach zu dumm da oben ist was wo ihr benutzen könnt ach so was stelle ich denn hier für ein bonus an Vielen Dank. Okay, alles in Ordnung, alles cool. Einfach nur doofen Mitarbeiter. So, 100% Zufriedenheit. So, eine weitere Forschung ist abgeschlossen. Komm gleich. Ja, der Wolf kann bestimmt irgendwas Neues machen. Der Wolf ist cool. Der kann das. So, gleich mal runter. Hier. Ah, er hat ein Kauspielzeug. Uh, da ist auch noch eine Beschäftigung. Komm. Und das Kauspielzeug. So, aber Leute. Ich werde langsam, ich muss mich langsam auf den Weg machen. Ja, leider war es kein Death Stranding, aber Planet Zoo hat auch mal wieder Spaß gemacht. Und ich habe da auch jetzt wieder Bock, ein bisschen öfters was zu machen. Aber trotzdem, erstmal wird Death Stranding gesucht, weil das muss fertig werden, bevor Doom rauskommt. So. Ja, cool. Jetzt haben wir gerade noch die Spinne vervollständigt. Dann kann man auch gerade noch den Gift vervollständigen. Sehr gut. So. Okay. Leute, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Ich hoffe, ihr hattet ebenso einen schönen Wochenstatt wie ich. Und, ja. Seid einfach mal gespannt, was die Woche alles bei uns kommt, denn wir haben wieder ein mega geiles Programm. Wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, wir haben unter dem Stream in den Panels ist der Link zu unserem Fanshop oder zu MMOGA. Oder wenn ihr uns ein bisschen öfter sehen wollt als in den Streams, könnt ihr so auch auf unsere YouTube-Seite kommen. Auf jeden Fall, das war's dann. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, Thomas, für das Ende. Und wir sehen uns bei einem unserer anderen Projekte oder vielleicht sogar auf YouTube. Also, macht's gut. Bis dann und noch eine geile Woche.